Unterhalten zwei Azure-Administrators sich miteinander zum Thema virtuelle Maschine im Azure-Portal. Der eine Administrator sagt, wenn du die virtuelle Maschine im Azure-Portal bereitstellst, dann ist sie hochverfügbar. Microsoft übernimmt den Job, dass die virtuelle Maschine hochverfügbar ist. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist leider nicht der Fall. Eine virtuelle Maschine im Azure-Portal ist nicht automatisch hochverfügbar. Schauen wir uns die SLAs von Azure zu einer virtuellen Maschine etwas genauer an. Wir sehen hier bei der Bestimmung zur SLA von Virtual Machines im Azure-Portal folgendes. Single Instance Virtual Machine, wenn diese Premium SSD verwendet, dann ist eine Verfügbarkeit garantiert von 99,9%. Das ist höhere Verfügbarkeit, aber es ist nicht Hochverfügbarkeit. Wenn also eine virtuelle Maschine bereitgestellt wird in einer Lokation und die Lokation hat ein Problem, dann wird Microsoft nicht einfach die virtuelle Maschine in eine andere Lokation replizieren oder verschieben. Das ist nicht die Situation. Wir können die Verfügbarkeit aber verbessern, indem wir mit einem sogenannten Availability Set arbeiten. Das garantiert dann ein SLA von 99,95%. Noch besser, wenn Sie mit einer Availability Zone arbeiten, dann erhalten Sie ein SLA von 99,99%. Wir werden gemeinsam ein Availability Set erstellen und dann eine virtuelle Maschine bereitstellen in diesem Availability Set. Was ist ein Availability Set? In diesem Artikel wird beschrieben, um was es geht. Ich navigiere ganz nach oben und Sie sehen den Titel von diesem Dokument im Microsoft Azure Dokumentationsportal. Ich navigiere wieder nach unten, damit ich Ihnen zeigen kann, um was es geht. Übrigens, hier wird noch sehr schön beschrieben, um was es geht, wenn zum Beispiel ein ungeplanter Hardware-Maintenance-Event eintrifft oder eine Unexpected Downtime oder eine geplante Wartung. Und genau gegen solche Ereignisse müssen wir unsere virtuellen Maschinen vorbereiten. Es wird hier über das Availability Set und über die Availability Zone gesprochen. Wir sehen hier die Availability Zone und ein wenig weiter unten wird hier das Availability Set beschrieben. Und genau das möchte ich mit Ihnen diskutieren. Was ist ein Availability Set? Ein Availability Set besteht aus einer Fold-Domain und einer Update-Domain. Wir haben hier die sogenannte Fold-Domain, abgekürzt mit FD0. Stellen Sie sich die Fold-Domain so vor. Das ist ja die Fold-Domain. Eine Fold-Domain ist nichts anderes als ein Rack, ein physisches Rack. Darin enthalten einzelne Server, wie Sie es hier sehen. Wenn also eine Fold-Domain ausfällt, ein physisches Rack, dann gibt es weitere Fold-Domains, FD1 und FD2. Dann gibt es die Update-Domains, abgekürzt mit UD. Stellen Sie sich vor, ein einzelner Server, wie beispielsweise dieser Server, muss aktualisiert werden. Es muss beispielsweise bei diesem Server hier, muss die Firmware aktualisiert werden. Wenn Sie jetzt also eine Update-Domain erstellen über verschiedene Server, wir haben hier UD0 und dann UD1 und UD2. Wenn dieses System aktualisiert werden muss und Sie haben zwei Server in Ihrem Availability-Set und ein Server ist in der UD0 und der andere Server ist in der UD1, beispielsweise hier, dann werden die Dienste immer noch zur Verfügung gestellt. Je nachdem, was die Server für Dienste anbieten. Also, es gilt ein Availability-Set aufzubauen mit verschiedenen Fold-Domains und Update-Domains. So können wir höhere Verfügbarkeit erreichen. Wir sind mit einem Availability-Set nicht geschützt gegen den Ausfall einer kompletten Region. Dazu müsste man beispielsweise dann noch die Replikation einrichten. Aber in diesem Video ist der Fokus gesetzt auf ein Availability-Set. Lassen Sie uns mit der Konfiguration direkt beginnen. Was ganz wichtig ist, Sie müssen zuerst das Availability-Set erstellen, dass Sie dann beim Erstellen der virtuellen Maschine das Availability-Set auswählen können. Oder Sie können beim Erstellen einer virtuellen Maschine ein Availability-Set auswählen oder ein neues erstellen. Was will ich Ihnen damit sagen? Folgendes. Sie können eine bestehende virtuelle Maschine im Nachhinein nicht einem Availability-Set hinzufügen. Ich zeige Ihnen die Details von dieser Maschine TW-Win SRV. Ich navigiere nach unten zu Availability and Scaling. Ich kann jetzt die Maschine nicht einem Availability-Set hinzufügen. Das funktioniert im Nachhinein nicht mehr. Sie müssen die virtuelle Maschine während der Bereitstellung einem Availability-Set hinzufügen. Im Nachhinein geht das nicht mehr. Wir navigieren zu Create Resource und dann geben wir ein Avail und dann wird uns Availability-Set vorgeschlagen. Wir erstellen zuerst ein neues Availability-Set. Ich verwende da die kostenlose Testversion. Anschliessend erstellen wir eine neue Ressourcen-Gruppe. Die nennt sich TW-AVS-RG-01. Ich wähle OK. Dann der Name von unserem Availability-Set. Wir verwenden wir TW und dann Availability-Set abgekürzt AVS 75. Die Region ist nicht West-US, sondern es ist West-Europe. West-Europe. Und jetzt können wir die Fold-Domains auswählen. Sie sehen Fold-Domains und Update-Domains. Je nach Region, die Sie auswählen, stehen Ihnen mehr oder weniger Fold-Domains zur Verfügung. Mal schauen, was uns West-Europe bietet. Ah, da gäbe es sogar drei Fold-Domains. Und Update-Domains? Bis 20. Ich belasse es bei 5 Update-Domains und werde erhöhen auf 3 Fold-Domains. Jetzt können wir auswählen. Möchten wir mit Managed-Disks arbeiten? Ja oder nein? Ja ist der Standard. In der Klammer Aligned. Das belasse ich genauso wie es ist. Es geht weiter zu Advanced. Ich könnte mit einer Proximity Placement Group arbeiten. Das brauche ich nicht. Es geht weiter zu den Tags. Ich arbeite im Moment nicht mit den Tags. Ich wähle Review and Create. Und jetzt kann unser Availability-Set erstellt werden. Die Bereitstellung ist nun im Gange. Ich warte nun, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist. Damit wir eine neue virtuelle Maschine diesem Availability-Set hinzufügen können. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Ich navigiere zu den Ressourcengruppen. Dann haben wir hier unsere neue Ressourcengruppe. Darin enthalten sollte dann das Availability-Set sein. Es wird noch nicht aufgelistet. Wir warten da. Dauert noch ein kurzer Moment. Oder die Bereitstellung ist noch nicht ganz abgeschlossen. Doch sollte abgeschlossen sein. Allerdings ist das Portal noch nicht aktuell. Ich wähle da nochmals die Refresh-Funktion aus. Und jetzt wird unser Availability-Set angezeigt. Das heisst, jetzt beginnen wir mit der Bereitstellung einer virtuellen Maschine. Ich verwende da ein Windows Server 2016 Data Center. Welche Service-Systeme sollten denn in ein Availability-Set hinzugefügt werden? Server-Systeme, die die gleiche Funktion ausführen. Also es bringt nichts, wenn Sie einen Web-Server, einen Datenbank-Server und einen Applikations-Server in das gleiche Availability-Set hinzufügen. Die haben unterschiedliche Funktionen. Drei Domänen-Controller oder zwei Domänen-Controller im gleichen Availability-Set. Das wäre beispielsweise eine Kombination. Oder drei gleiche Web-Server mit absolut gleichem Inhalt im gleichen Availability-Set. Ich denke, Sie haben die Idee erhalten. Wir geben nun den Namen an der virtuellen Maschine. Das ist Wien-2016. Die Region wählen wir aus, ist West-Europe. Wir haben hier West-Europe. Und jetzt die Availability-Options. Und jetzt sehen Sie, jetzt kann ich auswählen Availability-Zone oder Availability-Set. Und jetzt kann ich das Availability-Set auswählen mittels Drop-Down-Menü, TW AVS 75. Das Image ist Windows Server 2016 Datacenter. Und nun muss ich die Size auswählen. Navigiere zu den Sizes. Und wir schauen uns die Sizes an, welche da zur Verfügung stehen. Ich werde einmal alle Filter löschen, damit wir die Size auswählen können. Und es gibt nur eine beschränkte Anzahl an Sizes. Das ist OK. Ich wähle einmal diese Size auswähle Select. Die Size ist gesetzt. Nun muss ich den Benutzernamen eingeben und das Kennwort bestätigen. Das kennen Sie sicherlich bereits. Anschliessend die Ports. Ich belasse es beim Standard. Weil es geht mir jetzt nicht um die eigentliche Konfiguration der virtuellen Maschine. Sondern ich möchte Ihnen nachher zeigen, wie die Availability-Set-Konfiguration von Azure im Hintergrund zugewiesen wird. Navigiere zu Networking. Ich habe noch kein virtuelles Netzwerk erstellt. Das wird jetzt automatisch erstellt. Das ist OK. Unter Advanced belasse ich es ebenfalls beim Standard. Tags brauche ich keine. Review and Create. Und wenn die Validierung abgeschlossen ist, dann lasse ich direkt die Bereitstellung beginnen. Dauert noch ein kurzer Moment. Validierung ist abgeschlossen und ich wähle Create. Jetzt wird die virtuelle Maschine bereitgestellt. Was wichtiger ist, diese virtuelle Maschine wird jetzt während der Bereitstellung unserem Availability-Set hinzugefügt. Und genau um das geht es eben in diesem Video. Und ich warte, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist, damit wir dann die Zuweisung zum Availability-Set überprüfen können. Die Bereitstellung ist abgeschlossen. Navigieren wir zu unserem Server. Go to Resource. Wir sind nun in den Details von unserer Maschine win-2016. Ich navigiere nach unten zu Availability and Scaling. Und wir sehen die Zuweisung zum Availability-Set und in der Current Fold-Domain 0 und in der Current Update-Domain 0. Es beginnt immer bei 0. Die nächste Maschine wäre dann in der Fold-Domain 1 und in der Update-Domain 1. Es wird dann ganz einfach hochgezählt. Wir können selbstverständlich unser Availability-Set auch suchen. Navigieren wir zu Availability-Sets. Wir haben hier unser Availability-Set. Und wir können die Virtual Machines aufrufen, welche zugewiesen wurden. Und Sie sehen hier win-2016, Voll-Domain 0, Update-Domain 0. Was aber auch hier wiederum sichtbar ist, wir können in dieser Situation keine virtuelle Maschine dem Availability-Set hinzufügen. Das funktioniert nicht. Ich kann zur Konfiguration klicken. Ich kann hier nichts hinzufügen. Bei der Übersicht kann ich auch nichts hinzufügen. Es ist also ganz wichtig, Sie müssen die virtuelle Maschine während der Bereitstellung einem Availability-Set hinzufügen. Im Nachhinein geht das nicht mehr.